hallo und herzlich willkommen zu unserem minecraft note projekt ja mal gucken was wir jetzt noch so verzappen von schwachster fug ich weiß gar nicht weil man so richtig den vanilla machen könnte dass es sich lohnt deswegen spiel ich nicht so gerne wenn ich jetzt keine zuschauer habe da will ich auch so weiter nicht machen kann aber das sind immer so sachen die danach eine weile langweilig werden für zuschauer hier was sagst du denn dazu mensch ich hab grad was zu tun gar nichts irgendwie hat es bei mir gerade ausgesetzt ich wusste sonst nicht wie ich das nennen soll so aber machen auf den wird genommen bis zum nächsten mal und auf Wiedersehen kosten von falschen leuten also anderen leuten soo 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 dargut 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 soo 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 hast du dir die höhe gedacht ne hm schön eigentlich hab ich mir gar nicht gedacht ich hab einfach nur hingebaut ach so ein bisschen lang der vorgang ne hm da hast du mir gar nichts von allem und wir nur noch einen roten Tal beschreiben dann mic donc das ist für mich etwas von Fußboden oder sooo Da habe ich irgendwie- irgendwas für einen Fußboden oder so oo ööööö Diorit und Granit das nicht sojam業 also für mich ne Но Elbring Was dagegen, wenn ich mich hier so wunderpullen kann man? Ja, warte, baust du fort. Warte, mach mal. So, warte. Hier möchte ich später eine Treppe nach oben machen. Oh, hier sind wir wieder. Guck mal, so sieht das doof aus. Da hätte ich das hier nochmal eins hochgelassen. Dann wäre das gleich. Wieso? Nein, du siehst das jetzt gerade unfertig. Warte. Achso, Treppen. Ja, ich habe es mit Treppen mitgedacht. Hier, ich setze die Treppe direkt an und schon passt das wieder. Passt auch hier schon. Wow, 64. Da wäre ich jede weitere Wunder. Hier kann ich mich wunderholen. Ja, warum? Du musst nicht unbedingt jetzt gerade in Zweiergang aber nehmen. Du kannst erst mal noch einen Einarm machen. Weißt du? Ne, du hast gar nicht gewusst. Achso, ich wundere, ich habe dein Minecraft-Zone mitgebracht. Das wäre doch ein bisschen nicht ablaut. Was hast du mir noch sagen? Das ist mir vor uns erst beim Testen, ob das so mit der Konflikfunktion nicht ausgefallen ist. Das ist zu laut. War ein bisschen zu spät, ob es wird fallen. Im Spiel kriege ich den Unterschied zwischen den Lautstärken im Spiel nicht mit. Wenn ich dann nur davor sitze und nichts weiter mache und nur gucke, ob alles läuft, dann fängt es mir auf. Alles klar? Hast du mal Lust, mir irgendeine Schaubel zu machen? Hm, warte, Sekunde. Ich brauche nur kurz das Appa-Shapa und du hier mit meiner und dann kannst du meine haben. Okay? Irgendwann kriege ich nur das gebrauchte Zeug. Nein, ich will jetzt gerade Dias sparen, das alles. Da kann man nicht füße bringen, das ist nur so falsch, das können wir gehen. Oder warte. Ich helfe dir mal kurz weiter. Oh, ernsthaft. Ich dachte, ich wollte da hingehen. Wollt ihr da jetzt ernsthaft? Ja, hab ich. Weil Bonn nicht so richtig stimmt. Da war ja auch Kohle und so dabei. So, Ottermann Eminence. Stopp. Was mit deinem? Hm. Hm. Er ist doch noch in den Dias kommt so ungehalts. Weil wir jetzt in den Rot wieder. Weißt du? Ja, Gott. Wo ist denn? Huch, sah, das war jetzt knapp. Da hätte sie fast einen Abflug gemacht. Ich möchte das später, ja, bei so einer Aufnahme ein bisschen seltsam einrichten. Also, du wirst zwar jetzt sagen, ich bin bestimmt gekloppt. Das hast du jetzt schon mal als Vorhaben. Aber ich möchte gerne, dass man später oben in der Ecke, wo man eigentlich mal die Cam sieht, ne? Die malerweise hier diese Facecam soll dein Spielbild zu sehen sein. Hm. Ich will jetzt noch nicht so richtig, wie ich das anstellen soll. Am besten mit einer Capture Card, würd ich sagen. Oder was meinst du? Hm. Wenn einer eine Lösung hat dafür, bitte raus, dann bitte ich für den Sugar holen. Äh, bist du gerade an einem Dinger, ne? Nein. An der Kisten? Nein. Guck, ein bisschen heiß, aber das klingt wahrscheinlich. Oh, das ist jetzt weiß und es wird noch Kastriot. Hm. Erklären wir, was das heißt? Ja. Jetzt muss ich mal ein Blumen Ich habe einen Blumen Oh, das ist ein Blumen ich hab ja den chest dreigemacht ich mach den so hin wie auch da Du Ratte, du hast mich geklaut. Ja, warum? Du hast mir alles geklaut. Nein, guck in die Holzkiste. Da waren keine mehr. Ach das stimmt, ich hab ja auch nicht. Merkst du was? Merkst du was? Ey, ähm. Nein. Wir müssen auf alle Fälle dann zugeben. Ich brauche dich dann später mal nochmal hier oben. Ähm. Ich möchte euch ein paar Kisten umstellen. Wegen Neubeschriftung, weißt du? Mhm. Ich würde sagen, erstmal notdurftig für den Anfang. Stell mir die ganze Kästensuppe hier in den Eingangsbereich. Geist besetzen davon. Mhm. Wow. Ja. Ja. Ich hab'n leicht hochgesen können. Ja, weil hier Wasser fließt rein. Ah, ich sag's doch. Ich saß da. Ich brauch wirklich nur irgendwo Wasser fließen, dann war's da gewesen mit dem PC. Vollkommen. Ja. Ich hab'n leicht hochgesen können. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, das ist ja. Oh, er heißt so hoch, ne? Ja, ich habe es heute aufgelöst! Ich habe es nach oben und habe es in der Tat zu machen. Ich habe es in der Tat. Es ist eine gute, die ich mache. Ich habe es in der Tat. Ich habe es in der Tat. Ich habe es in der Tat. Man muss erst mal eine Wand reinfüllen, da eine Tür reinmachen und hier ein grobes Dach kommt, so wundern wir, dass man es sicherlich ist. Dann kann man erst mal ein Starr... äh äh äh... rausschauen. Wir müssen hier mal ein Safe-Store. So... Also der Geo-Weid kann jetzt, da. Schau mal, was du auch gefällt? Ja. Du burst sicher schon ewig lang als Kano und meinst du schon einmal ein T-Sicht gesehen? Ja. Aber auch schon mal. Okay, noch. 1, 2, 2. 3, 2, 3, 1 diversen Kanoi. 7, 2, 63 janeben Euro. Be functional ist ja so должен die sie eine Jonze geben. Das war mir von den Zeichnacken, dass ich mich da jetzt vorher hatte. Das war der Fall nicht, aber... 1 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.